Ja, kann ich ganz gut auch jetzt aus dem Studium oder aus Erfahrung sprechen, dass ich sagen würde, dass man vielleicht ein bisschen auf meine Mathekenntnisse hätte ich in der frühen Zeit nochmal ein bisschen den Fokus, sage ich mal, drauflegen können, was heutzutage natürlich in jedem Studium doch relativ wichtig ist. Vielen Dank.